So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse. Heute am Freitag, den 13. Oktober 2023 und gemeinsam mit XGB wollen wir den Blick uns gönnen. Auf die Märkte, auf die gestrige Veröffentlichung der Inflationszahlen aus den USA und natürlich die Reaktion im Markt, die initial relativ verhalten ausfiel. In den Abend kam es dann zu einer Abwärtsbewegung. Ich muss allerdings ganz ehrlich gestehen, das bringe ich nicht mehr in Zusammenhang mit den Inflationszahlen selbst, die leicht über der Erwartung veröffentlicht worden sind. Dieses initiale kurze Flaschszenario, weil die Inflation über der Erwartung veröffentlicht wurde, nach dem jüngsten Lauf und auch vor dem Hintergrund der relativen Stärke oder des etwas überdehnt Anmutenden Modus, vielleicht rein technisch, den wir zu sehen bekommen haben, sei es im Nasdaq oder sei es auch im S&P, sei es im DAX. Das konnte durchaus erwartet werden. Aber dann haben wir uns relativ solide eigentlich präsentiert und in den Abend hinein, ja, da hat irgendjemand in Anführungsstrichen den Stöpsel gezogen. Und wir haben dann Abgabedruck zu sehen bekommen, wobei ich in Frage stellen würde, ob das wirklich eine beunruhigende Entwicklung ist oder nicht eventuell eher so eine Art, wir rütteln mal so ein bisschen, wir schütteln mal so ein bisschen am Baum, schauen mal, wer runterfällt und dann entsprechend unten in Anführungsstrichen billig das abgefallene, die abgefallenen Pflaumen, Äpfel oder was auch immer einzusammeln und dann die Rallye auf der Oberseite zu starten. Wir sind zwar noch weit davon weg, jetzt ein klar bullisches Signal auszusprechen, aber wir haben zum Beispiel im Spider oder in den Cues eine Halten der 5-Tage-Linie zu sehen bekommen und das ist durchaus etwas, was Erwähnungsfinden sollte. Bevor ich mal weiter rede, wir keine Charts haben, zunächst der Blick auf den Risikohinweis, dann starten wir offiziell und dann gibt es auch die Charts in der X-Station. Also, die Wies und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstellt man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasst ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste der andere Risiko frei, schaubt der Handel mit diesem Produkt sich für ein eigenes Nutzen, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risiko und Weiß auf xdb.com.de, nutzt auch gerne die Möglichkeit, den Berliner Kundensupport, also hier in einem Berliner Büro anzurufen, Kontaktdetails folgen gleich. Bevor wir uns diese anschauen, so ist es doch eine eigene Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event, ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber nochmal, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, E-Mail, Telefonnummer, je nachdem, was man beliebt, nach persönlicher Präferenz, xdb.com als Broker vorgestellt, bester CFD Brokersjahrs 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr einmal hier aufgelistet. Ein Grund dürfte in Sicherheit die X-Station gewesen sein, von der ich gerade bereits sprach und auf die wir jetzt genau hier einen Blick werfen wollen. Und einen Blick werfen wollen auf die Eröffnung, die jetzt hier gerade stattfindet, im Hinblick auf den DAX, 9 Uhr, die Kasseeröffnung. Wir haben gestern den Bruch dieser Aufwärtstrendlinie zu sehen bekommen. Es war ein einst zu kalkulierendes Szenario. Ich hatte das zum Thema gemacht gehabt. Und so, wir haben diesen Break jetzt zu sehen bekommen. Die Frage, die sich jetzt meiner Einschätzung nach stellen dürfte, erst mal während des europäischen Handels, wobei dann abzuwarten bleibt, wie präsentiert sich die US-Märkte ist, sind wir in der Lage, die gestrigen, nennen wir sie mal Rugpull-Tiefs, zu halten. Ich muss sagen, der DAX ist relativ schwach gewesen gestern eigentlich, auf die Zahlen, die wir zu sehen bekommen haben, die Inflationszahlen. Um 14.30 Uhr. Ich hole mal ganz kurz, zack, dieses Kreuz rein. Also 14.30 Uhr, da sehen wir, wir hatten schon so ein bisschen einen Stallout zu sehen bekommen, aber immer noch eine relativ starke Vorstellung. Und dann eben hier diesen kurzen Flasch auf der Unterseite, wo es dann keine Rückeroberung der Ausgangsniveaus gab und weiteren Abgabedruck zu sehen gab, in Relation beispielsweise zu den Cues, ganz besonders, kann man hier definitiv eine relative Schwäche ausmachen. Der eine oder andere ändert sich vielleicht, dass ich sagte, ich würde ein Ranking erstellen und wenn ich die Longseite spielen würde, in den letzten Tagen hatte ich das häufiger gesagt, dass der Tech-Bereich relativ stark performt wird, würde ich den Erstag spielen wollen, würde ich Cues spielen wollen, würde ich Einzeltitel aus dem Tech-Sektor spielen wollen. Das scheint mir relativ stark zu sein. Das ist gestern nochmal unter Beweis gestellt worden, denke ich, wie wir es gleich sehen werden, bevor wir darauf schauen, ganz kurz der Blick nochmal in den Kalender auf die veröffentlichten Zahlen, Inflationszahlen, die wir zu sehen bekommen haben. Gestern Inflationszahlen hier und hier veröffentlicht mit 3,7%, 3,6% erwartet, also leicht über der Erwartung, konnte man vielleicht in gewisser Form erwarten, nachdem die Erzeugerpreise ja auch bereits einen leichten Abtick gesehen haben. Auf Month-on-Month-Basis, also auf Monats-Basis, hier sehen wir 0,3 gegen, oder 0,4% veröffentlicht gegen 0,3% erwartet, also auch leicht über der Erwartung, die Kerninflation aber, sowohl Year-on-Year als auch Month-on-Month-Stabil. Also heiß ist anders, aber nichtsdestotrotz, es ist eben nach dem jüngsten Run initial erstmal in der Lage, hier einen bärischen Impuls nach sich zu ziehen. Wie ist das zu werten? Nun, ich würde es erstmal noch gar nicht werten. Ja, wir haben dann in den Abend hinein ganz besonders hier Abschläge zu sehen bekommen und wie gesagt, da schauen wir mal in den Spider, in den S&P 500, da haben wir eine schöne Möglichkeit, uns die Kasse ganz explizit anzuschauen, weil sich das auf eine ETF hier bezieht, auf den S&P 500, beziehungsweise die Qs auf den Nasdaq 100 und wir dann in diesem Zusammenhang die reine Kasse abgebildet sehen. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auf diese Inflationszahlen, hier im Spider, 5 Minuten, da wird dieser Teil rausgeschnitten, in Anführungsstrichen mit 14.30 Uhr veröffentlicht, weil wir erst ab 15.30 Uhr beginnen. Wir sehen eine Eröffnung, die ist summa summarum relativ solide, möchte ich mal behaupten, hier 15.30 Uhr im Bereich der Hochs des Vortages, also seien leichte Aufschläge in der Vorbörse über diese Hochs und dann im Bereich um die Hochs von Dienstag, beziehungsweise von Montag, schon bereits hier veröffentlicht worden. Und so, dann, beziehungsweise Dienstag war der 10., richtig? Ich muss mal ganz kurz die Tage zusammenbekommen. Ja, Dienstag war ein Dienstag, die Hochs, beziehungsweise Mittwochs, also oberhalb der Mittwochhochs, aber im Bereich um die Dienstaghochs. So, jetzt habe ich es konkret. Und wir haben dann hier so ein bisschen Bearishness, allerdings nicht dramatisch. Also wir sehen auf die Inflationszahlen, die werden nicht so interpretiert, dass das jetzt irgendwie eine Gamechanger oder dergleichen nach sich zieht. Wir sind dann sogar nochmal auf leicht höhere Hochs vorgestoßen. Nochmal, das war beeindruckend im Hinblick auf die Queues ganz besonders. Da haben wir das ganz explizit ausmachen können. So, hier auf 5-Minuten-Basis, also auf dem Tech-Bereich. Da sind wir auch im Bereich sogar leicht oberhalb der Hochs von Montag, beziehungsweise Dienstag, beziehungsweise Mittwoch reingekommen. Nur um dann nochmal höhere Hochs zu markieren, im Bereich um 3,73 zu scheitern. Und dann in den Abend hinein, wie gesagt, kam dieses sogenannte Rock-Pull-Szenario. Also da wurde der Stöpsel gezogen, wer auch immer dort den Verkaufsrück gedrückt hat. Es hat auf jeden Fall stärkere Bearishness nach sich gezogen. Wir sind dann auch in der Vorbörse ausgebildeten Tiefs auf die Inflationszahlen gefallen. Aber nochmal, das ist eben so ein Szenario, welches mich noch nicht überzeugt. Interessanter wird es für die Bären, sollten wir jetzt diese Gäste, nennen wir sie mal Rock-Pull-Tiefs, rausnehmen. Also im Falle der Queues ist es die 3,67. Im Falle des Nasdaq, wer denen dann eher heranzieht, sind es die Tiefs von gestern, die wir hier in diesem Bereich finden, ungefähr um, Verzeihung übrigens, das ist der S&P 500, so. Das ist hier ungefähr der Bereich um die 15.200er-Region. Beziehungsweise im S&P, den können wir dann auch uns hier anschauen, ist es ungefähr der Bereich 4.350 ungefähr. Aber solange wir oberhalb halten und uns relativ stabil präsentieren, wobei jetzt abzuwarten bleibt, wie ganz besonders Europa reinkommt, der DAX, wie gesagt, der macht ja so ein bisschen Sorges, aber auch noch nicht dramatisch in irgendeiner Form, aber gestern auch relativ schwach. Und wir sehen jetzt auch in der Vorbörse zum Beispiel, dass der Nasdaq kaum darauf reagiert. Das ist kaum ausmachbar eigentlich auf diesen kurzen Flasch, den wir jetzt zur C3-Eröffnung zu sehen bekommen. Solange wir in der Lage sind, diese Tiefs zu halten, will ich nicht ausschließen, dass es in den Wochenschluss hinein nochmal Aufschläge gibt, die uns zurückführen über, das war hier das Ausgangsniveau, übrigens im Nasdaq ist es dann in diesem Fall, die 15.370 ist es ungefähr, 350, 370 zurücklaufen über dieses Niveau, beziehungsweise sogar zurücklaufen in Richtung der Ausgangsregion, um die dieses Ruckpull-Szenario auf den Weg gebracht worden ist. Also, was lässt uns das im Kern zurückschließen, ohne das jetzt zu pathologisch werden zu lassen, zu technisch anmuten zu lassen? Ich denke, dass dieses Szenario von gestern erstmal in Frage gestellt werden sollte, ob es sich wirklich um einen aggressiven bärischen Versuch handelt. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das eher weggearbeitet wird. Vieles wird vielleicht auch davon abhängen, wie dann heute in der Vorbörse die Financials reinkommen erstmal. Also, hier haben wir JP Morgan zum Beispiel, Wells Fargo oder auch City, die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Ich wäre nicht überrascht, ehrlich gesprochen, wenn wir hier eine positive Überraschung zu sehen bekommen, vor dem Hintergrund relativ hoher Zinsen, das Brot- und Buttergeschäft für Banken läuft. Das könnte dann auch, wir schauen zwar hier auf den Tech-Bereich, aber ausgehend vom Breitenmarkt auf den Tech-Bereich eventuell ausstrahlen. Und das ist eben etwas, wo ich, wie gesagt, in Frage stelle, ob das gestern eine nachhaltig bärische Bewegung war. Ich glaube eher nicht. Bin eher davon, bin fast schon davon überzeugt, dass wir das überraschenderweise in den kommenden Stunden, vielleicht dann auch erst in der kommenden Woche, je nachdem, müssen wir mal abwarten, aber nichtsdestotrotz zurückgearbeitet sehen. Und dass das, wie gesagt, nur so ein kurzes Schütteln am Baum war. Die Pflaumen fallen runter, wir sammeln sie jetzt billig ein und dann Rally of the Races auf der Oberseite. Insgesamt nochmal ganz besonders der Tech-Bereich macht auf mich einen verhältnismäßig starken Eindruck, schon seit geraumer Zeit. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in den kommenden Tagen, vielleicht dann auch durch die Earnings-Season begünstigt, einen sehr, sehr dynamischen Bruch, vor allem sehr, sehr dynamischen Bruch hier über diese etablierte Abwärtstrendlinie, die allerdings eher schon eine Flaggenkonstruktion vielleicht sogar anmutet, zu sehen bekommen mit einer dann baldigen Attacke auf die 16.000er-Region im Falle des Nasdaq. Auch Gold übrigens, vielleicht noch abschließend, macht einen relativ starken Eindruck auf mich. Also gestern, ja klar, wir sind relativ weit gelaufen, wir sahen und Rücksetzer, wir sind tatsächlich ziemlich genau, fast punktgenau, gegen die 1.885 übergerollt. Aber nichtsdestotrotz haben wir recht gut halten können, sehen jetzt schon während des europäischen Handels auch entsprechende Wiederaufschläge reinkommen, nicht auszuschließen, dass wir vielleicht in der kommenden Woche dann durch die Einzelhandelsumsätze deutlicher sogar schon wieder zurück über die 1.900 laufen und dass das einfach nur so ein kleines Intermetzer auf der Unterseite war, resultieren hauptsächlich durch die Volatilität, die Schwankungen, die wir dort im Zinsbereich zu sehen bekommen haben. Also insgesamt nicht unterkriegen lassen oder beziehungsweise nervös werden, noch nicht jedenfalls, durch diesen kleinen Rugpull, den wir am Donnerstagabend zu sehen bekommen haben, kann durchaus sein, dass das einfach nur mal so ein kleiner Test war und wir sollten durchaus weiter eher den Bullen eigentlich aktuell den Vorteil zusprechen. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig im Hinblick auf Short-Engagements. Tendenz geht eher in Richtung Long. Natürlich lasse ich mir die Price-Action entsprechend das bestätigen, aber nichtsdestotrotz, ich wäre auf jeden Fall im Hinblick auf die Short-Seite zunehmend vorsichtig. Das war es meinerseits gewesen. Happy Trading! Passt auf, die Stops auf. Wir hören uns nächste Woche wieder am Montag und ja, schönes Wochenende. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.